Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone Ja, wir schauen uns jetzt heute mal an, was hier oben ein bisschen abgeht Wir überlegen, ob wir das große Gebäude hier durchschauen Und währenddessen müssen wir schauen, dass wir hier die Mauer auch wieder reparieren Da müssen wir einen für zuweisen Die Forschungsstation ist auch fleißig am Arbeiten und am Verforschen Landwirtschaft ist immer wichtig Lass uns doch gleich mal die durchschauen Was ist aber passiert? Dann schauen wir mal, was da drin alles vorkommt Und was finden wir? Nahrung, nie schlechte Nahrung zu haben Ich glaube wir geben hier einem noch ein Maschinengewehr Oh, ein Gehen die mit rein Oh, ein Gehen die mit rein Die Infektion ist in Decline Seek uns und Rebuild Oh, das ist einfach nur eine Dauer Ah, das ist einfach nur eine Dauer Holy, what? Ich kann nicht so weit? Hä, ich hätte gedacht, ich darf nur in diesen drei Zonen bleiben So hätte ich es verstanden Da kommt es her Über die Autobahn drüber Hier hinten in der Carreta del Montana Wir haben wieder Nahrung gefunden Jetzt haben wir noch alles auf Lager Ganz viele Steine Langsam werden wir wieder mehr Wie viel Platz hat das Haus? Neutrale Truppe Vielleicht will die ja zusammen herkommen Vielleicht möchte sie sich ja uns anschließen Sie läuft auf jeden Fall direkt in unser Gebiet rein Sir, we've encountered a group of people willing to join us Hm Tim Mehr Leute? Nie schlecht Sind's vier Hä, warum ist da das Mauerstück jetzt weg? Ich dachte, wir reparieren Oh, wieder ganz viel Nahrung Okay Ah, die haben wir letztes Mal durchsucht Die großen gewollte hier Oh, da ist auch noch Nahrung drin, okay Okay Ich würde mal sagen, dass wir jetzt hier Auch dicht machen müssen Perfekt Konservierung von Lebens und Gewächshäuser Düngertechnik Was haben wir jetzt damit geschafft? Erhöht die Ernte der landwirtschaftlichen Betriebe Das ist doch nicht super Die haben wir jetzt ja alle durchsucht schon Schauen wir, was es noch so gibt Schicke ein Squad auf Expedition Ich weiß nicht, ob ich unbedingt direkt da raus will Wir müssen hier doch dieses Hauptgebiet durch Wir können natürlich außen rum laufen Aber das könnte relativ unangenehm werden Es ist schwer zu sagen Was eine gute Idee ist und was nicht Sehr, sehr schwer Die Hoffnung wäre, dass wir noch ein paar Waffen finden Noch ein paar Pistolen Maschinengewehre Wäre natürlich eine sehr feine Sache Und davon haben wir leider einfach zu wenige Oh, scheinbar Wir haben schon viel Nahrung wieder gefunden Das ist auch Schade Es wird aber auch langsam Nacht Wir haben viel zu wenig Mitarbeiter Das ist problematisch Was ist die Rot? Feuer frei, Jungs Warum ist das Rot? Wir brauchen dringend mehr Mauern Es geht Könnte schlimmer sein Ich glaube, wir sind da ganz gut abgeriegelt Grundsätzlich Ich glaube auch, dass jetzt Die Nacht schon wieder gut vorbei ist Nahrungsmäßig stehen wir auch gut da Das macht das Ganze noch ein bisschen besser Meine Pistole haben wir auf Backup noch Ist alles ein bisschen schwer Was ist das? Wir laufen jetzt da raus Wir haben leider kein Fahrzeug oder irgendwas Aber ich hoffe, dass wir was finden Aber ich hoffe, dass wir was finden Ist jemand in der Küche beschäftigt? Ja Also Essen wird gemacht Das ist schon mal gut Reinhäuser, ganz viele Reinhäuser Hallo, does anybody hear me? Das ist das Das ist die Infection-Free-Zone. Danke Gott. Ich habe alle Hoffnung. Ich... Ich brauche Hilfe. Ich... Ich bin sick. Was sind deine Symptoms? Ich habe ein Fieber. Kaffee und Schäuze. Ich habe... Fangen wir nach Misswunden. Habt ihr gebeten oder gebeten von einem Infection? Keine Kontakt mit ihnen. Selbst wenn... Selbst wenn ich seit Jahren lebte. Ich... Ich bin immun zu dem MAD-Virus. Sind deine Augen rot? Nein, sicherlich nicht. Meine Augen sind gut. Wie immer. Was helfen sollst du? Ich brauche... ... 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 Ja, für sicherlich. Ich habe keine. Ich werde es wiederholen, was ich habe. Was hast du, dann? Ich habe Essen, vieles davon. Ich habe es seit dem Beginn. Ich habe auch etwas Arme und eine Schnauze. Kannst du uns bei dir selbst kommen? Nein, nein, nein. Ich kann gar nicht gehen. Ich brauche jemanden, um mich zu helfen. Helfen wir oder helfen wir nicht? Ich weiß, wo es ist. Okay, ich sende einen Squad zu dir, so schnell wie ich kann. Vielen Dank. Du bist ein Lebenssicherer. Bitte, stelle deine Location. Ich stehe an... Da unten, okay. Mitten in der Stadt wieder. Ach Gott. ... ... ... ... ... ... Man sieht hier absolut nichts. Also muss ich mich auf meinen Squad verlassen, das jetzt in der Nacht irgendwo überleben muss. Das wird ungut. Die Mauer müssen wir noch austauschen, genauso wie die hier auch noch. Eine Holzpalisaden sind. Das muss auch alles gegen Ziegel ausgetauscht werden. 1200 zu 1600 ist jetzt schon ein Doppeltes. Backstein ist natürlich mega geil, aber hier unten versteckte Mauern. Das ist eine Kombi aus allem. Das ist natürlich dann schon das ultimative Endsystem. Aber das sollte man vielleicht dann mit den Neuen hier direkt draus machen. Also ich würde, dass man vielleicht hier außen rum eine Mauer zieht dann. Stopp working. Start winding down. I can get you a call? Chief, can you hear me? We're beyond the range of our basic radio. We'll scavenge this entire area for resources and look for anything of interest. So if this place isn't infested. Let's me raten. Ich kann hier nicht reinzoomen. Ich darf hier nicht reinzoomen. Okay, ist also für mich echt ne... Sir, we found some trails. Looks like a few cars passed through here recently. But what's more curious, one of the vehicles must have had tracks instead of tires. Maybe it was some kind of bulldozer or a tank maybe. Roger that. Ein Panzer. Be careful. Panzer wäre natürlich ne üble Geschichte. Gegen Panzer können die Holzpalysanen vor allem mal nichts ausrichten. Lass uns mal die Nacht überleben. Akzeptieren. Kommt rein. Das ist eine Person, glaube ich, nur, ne? Ja, ja. Aber jede Person ist besser wie keine. Absolut überlebenswichtig Personen. Vor allem wenn wir versuchen hier zu überleben. Fast 0 Uhr. Ich weiß nicht, was unser Squad halt hier unten macht. Das ist sau weit weg. Mit Autos wird das noch ne ganz andere Sache dann. Und als nächstes müssen wir sie bis nach da schicken. Um den altkanken Typen zu retten. Hier unten wird... Allgemein hier unten, die Stadt wird auch interessant. Aber das sind natürlich Gebäude. Mit anderer Größe. Eigentlich müsste man hier so ne... Also Kanten oder Seiten freimachen komplett. Irgendwie, wenn man es hinkriegt. Oder man nimmt sich natürlich die Front. Das ist auch wie zum Beispiel so ein Gebäude hier, was du irgendwie rauscutten müsstest. Es sind halt viele jetzt mit Nahrung da unten, weil es in echt halt viele Restaurants sind. Aber wenn du das hier wegcuttest, dann hier, hier vielleicht durch irgendwie das wegkriegst. Und dann vielleicht mit einer Aktion hier so durchcuttest, hättest du das komplette Gebiet hier. Ja, auch ne Festung. Und oben sind die Hotels gewesen. Oder man schneidet sich halt hier das raus irgendwie. Ist halt alles ne Frage. Alles nicht so einfach insgesamt. Das ist unsere Truppe weit weg in einem anderen Gebiet. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst du einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao.